Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Morgen geht's zur Gamescom und ich hoffe, einige von euch sind dann auch mit dabei. Also ich fahre ungefähr um vier los in Potsdam, damit ich dann um, ja, sagen wir mal zwischen neun und zehn irgendwann dann auf dem Messegelände bin. Und dann treffen wir uns auf jeden Fall. Also folgt mir unbedingt auf Facebook oder auf Instagram. Dort poste ich nämlich dann, wo wir uns treffen und ja, wie es dann weitergeht. Für alle, die jetzt keine Karten für den Samstagmorgen haben, für die treffen wir uns um, ja, 15 Uhr circa. Irgendwo außerhalb vom Messegelände trinken zusammen ein Bierchen oder so und ja, machen uns einen schönen Abend. Kleiner Community-Treffen-Stay quasi morgen. Dann für alle, die zu den Saftgurken gehören, auch für gerne für alle, die auf dem Server spielen zum Beispiel. Wer eh in der Nähe wohnt, der hat es ja nicht weit. Und ansonsten, ja, vielleicht seid ihr eh auf der Gamescom, dass ihr nochmal Bescheid wisst. Morgen ist es ab 19 Uhr auf der Gamescom mit Karten natürlich. Da braucht ihr natürlich Gamescom-Karten, ist klar, glaube ich. Und ja, ab 15 Uhr außerhalb von der Gamescom treffen wir uns trotzdem nochmal. Also so kommen natürlich dann auch alle, die keine Karten haben, zu ihrem Vergnügen. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig darüber freuen, ein paar von euch kennenzulernen. Und ja, mich mal mit euch ein bisschen privat zu unterhalten. Wäre natürlich eine coole Sache, deswegen wäre cool, wenn ihr aufschlagen würdet. Wenn nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Gibt ja auch Leute, die was Wichtigeres zu tun haben als Gaming. Da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Da stimmt was nicht. Jedenfalls, ich war jetzt gerade noch beim Friseur, habe es auch auf Instagram gepostet. Und ja, habe mich fresh gemacht für euch morgen. Und ja, bin jetzt wirklich ein bisschen gespannt. Ich war noch nie auf der Gamescom, noch nie zuvor, also wirklich noch gar nie auf der Gamescom. Geschweige denn, dass wir irgendwie ein nennenswertes Community-Treffen gemacht haben oder so. Von daher natürlich ein bisschen Vorfreude, ein bisschen Aufregung auf jeden Fall. Und bin gespannt, wenn ich so kennenlernen darf. In diesem Sinne, wir sehen uns heute Abend noch im Stream ab 20 Uhr. Allerdings höre ich dann um 22 Uhr heute Abend schon auf. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Weil, ihr wisst ja, 4 Uhr aufstehen und so ein bisschen Schlaf sollte ich vielleicht noch kriegen. Dementsprechend heute nur bis 22 Uhr. Und denkt am Sonntag an unser Server-Event. Poste den Link auch nochmal in die Videobeschreibung. Wer davon noch nichts gehört, hat das Viertelmeilen-Rennen auf unserem AMA3-Server. Wer da Bock hat, kann ja auch gerne mitmachen. In diesem Sinne, gebt dem Video natürlich einen Daumen nach oben. Und ich freue mich auf euch morgen und werde euch natürlich auch Vlog-technisch mit dem neuesten Stand so versorgen. Gut, in diesem Sinne, schönen Tag an euch, schönes Wochenende. Und ja, lasst euch nicht von den Flammen in Brandenburg auffressen. Soll ganz schön übel sein. Macht es gut, haut rein. Tschüssi. Und ja, lasst euch nicht von den Flammen in Brandenburg auffressen. Und ja, lasst euch nicht von den Flammen in Brandenburg auffressen. Und ja, lasst euch nicht von den Flammen in Brandenburg auffressen. Und ja, lasst euch nicht von den Flammen in Brandenburg auffressen. Und ja, lasst euch nicht von den Flammen in Brandenburg auffressen. Und ja, lasst euch nicht von den Flammen in Brandenburg auffressen. Und ja, lasst euch nicht von den Flammen in Brandenburg auffressen. Und ja, lasst euch nicht von den Flammen in Brandenburg auffressen. Vielen Dank.